Hallo und willkommen zurück bei Beldmatik. So, wir sind immer noch bei den großen Zahlen. Eigentlich kann ich mich noch nicht entscheiden, welche von den beiden. Wir dürfen... Ach, warte, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die 113. Okay, machen wir erstmal... Wir probieren ein bisschen rum. Ich bin gerade zu faul im Kopf zu rechnen. 16 und dann machst du ja doch... 16. 16 mal 16. Was war nochmal? 16 mal 16, Leute? Ihr wisst doch. Okay, 2. Mal 2 wären 500. Nein, 512 wären das. 512... Plus 54. Das wären... Wenn wir die Plus rechnen... Boah, ich habe jetzt keine Lust, das im Kopf zu rechnen. 381? Keine Ahnung. Ha! 381. Aber daraus... Das ist ja total unnötig. Okay, wir machen es nochmal weg. Wir machen nochmal das... Vorderband hier weg. Hier kriege ich die 8. Mit den 8 kann ich vielleicht mehr machen. Okay, dann machen wir erstmal die 113. 113. Wäre am einfachsten... Wenn ich mir den hier kralle, aber machen wir nicht. Wir haben ja hier noch einen. Ach, ich kann auch die 7 nutzen, ne? Sag das doch! Kann ich mit den 7 denn was zaubern? 7. 47. 47. 40. Billen wir das doch einfach mal aus. 49 mal 49 sind... 2.400 zu viel. 49. Kann ich mit 49 was anfangen? 49. 49. Mal 5. Zu viel. Hm. Fünf mal fünf. Ach, wir brauchen gar keine. Das waren 566. Ich dachte mal, Moment. Ich will mir die eigentlich nicht zusammenbasteln. Aber wir müssen jetzt auf die 299 irgendwie kommen. Das ist alles 570. Wir haben jetzt hier noch einen Fünfer mal Fünfer rein klatschen. Wir nehmen die mal zusammen. So, jetzt 270. Jetzt brauchen wir noch einen 29. Ich bastel mir die jetzt einfach mal zusammen. Dabei wollte ich sie eigentlich nicht zusammenbasteln. Hallo? Okay, so nah dürfen die wohl nicht aneinander sein. So, 295. So, jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das wird jetzt ewig dauern, weil die ist scheiße. Hauptsache sie produziert schon mal. So, jetzt machen wir die 566. Wie machen wir die 566 am besten? Die müssen wir auch zusammenbasteln. Machen wir das hier mit den Fünfen. Hier haben wir schon mal Fünfen reingeballert. So, 5 mal 5. 25 mal 25 war zu viel, ne? 2,600, 25. Zu viel. 25. Was ist 25 mal 16? Oder mal 12. Was ist 25 mal 12? 25 mal 12. Was ist das? 300. 25 mal 5. 45 mal 425. 25 mal 6. 25 mal 525. 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 So, 445. Ist das echt so? Warum mache ich das so kompliziert? Also wir haben jetzt 300. So. 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 Jetzt brauchen wir noch 66. Haben wir eine 1 in der Nähe? Hier hinten. Oh, hier. So. 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 kommen die Elfen her? Hier nicht? Nee, nee, nee. Nur von hier. So, Elfen sind raus. 113 sollten wir uns vielleicht mal ranwagen. Wieso kommen hier immer noch Elfen? Hier kommen immer noch Elfen. Wieso kommen hier? Um, Andreas. Lively improve. Das ist ein Fluss zu humano. Voll will ich vorsichtig? für die 22 brauchte ich noch elfen 22 und ich habe die jetzt alle weg gemacht so hier haben wir jetzt ganz schön viele zähnen die machen wir komplett neu jetzt jetzt wo ich so verkackt habe machen müssen die neu machen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, it's one with Zwei Okay, okay, okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 der wird wahrscheinlich als nächstes ausrangiert aber hey wir haben ihn neu gebaut ich glaube sogar besser als vorher ok wo waren wir stehen geblieben 910 910 brauchen eine 3 und eine 5 so 10 x 10 sind 100 3 x 3 sind 9 900 plus 10 910 kannst mit auf dieses förderband 910 war easy wir könnten auch noch einen machen jetzt kann man bestimmt effizienter machen 1010 1010 1010 1110 1110 1210 1510 Du bist falsch rum. So, jetzt haben wir zwei. Gut, dann kümmern wir uns das mal um die 113. 113. Hier hinten können wir das gut machen. Also, wir machen erstmal wieder den 10er. 10 mal 10 sind 100. So, 100. 110. Plus 113. Das ist richtig süchtig, dieses Game. Vor allem, da man auch immer weiterbauen kann. Man hat ja keine Kosten so. So, einmal kopieren. Ok. So. 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 ok ok so ob jetzt produzieren ein paar 113 haben wir noch irgendwas was wir nicht produzieren ich glaube wir produzieren alles von was produzieren wir denn am wenigsten 113 als wenig die 2 990 und die 5 660 aber die sind auch kacke moment ich kann schon 7 benutzen 7 wir könnten den easy herstellen oder den 45 150 499, ich bin gerade bei 499, das bringt uns nichts, wir brauchen 299, 499. Oder wir müssen uns wieder so zusammenschustern, so wie hier hinten, das ist schon nervig, das so zusammenzuschustern, aber wir könnten das erweitern, wir haben eigentlich genug. Wir erweitern den einmal, auch wenn das ein sehr ineffizienter Weg ist, an die Nummer zu kommen. Wir hätten noch einen 3er übrig. Die 3 brauche ich aber auch. Beziehungsweise nicht alle 3. 2. 4. 6. 9. 10. 11. 11. 12. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 20. 21. 23. 22. Richtig unnötig. Naja, aber wir machen was. So, wie lange brauchen wir noch die 113er? Okay, das dauert noch ewig. Danach kriege ich die achten. Haben wir so wenig von den 900? Tatsache. Naja, wir lassen das schön pro Sekunde. Hier müssten jetzt langsam aber mal mehr ankommen. Gut, die 910 könnten wir theoretisch auch erweitern. Haben wir noch einen Fünfer? Na ja, da unten. Und da... Ich Untertitelung des ZDF, 2020 Stimmt doch was nicht Copy Wollte gerade sagen, hier war irgendwie der Falsche Kann ich hier nicht auch kopieren Muss ich nicht so viel Dingsen Mensch Wollte gerade sagen, hier war irgendwie der Falsche Hier, geh doch mal mit drauf Ich denke Das würde passen Wieso ist die 84 so fett? Okay, vielleicht je größer die Zahlen sind Desto kleiner wird's So, jetzt haben wir den auf jeden Fall dann auch erhöht Hier steht auch die nächsten Nummern Ich weiß noch gar nicht, wie viele Level ich noch spiele Das macht auf jeden Fall süchtig Können wir noch nicht subtrahieren Oder dividieren Gucken wir noch Wurzel ziehen oder so Ja gut, die Zahlen werden ja eigentlich immer größer Die werden ja nicht kleiner Macht Wurzel ziehen keinen Sinn Potenzieren wäre aber noch sinnvoll Wieso dauert die 113 so lange? Die 2,99 ist immer noch unter 1 pro Sekunde Aber die 5,66 müssten wir theoretisch erhöhen Wo kommen die überhaupt her? Schon wieder vergessen Die sind so selten, ich seh die gar nicht Hier Gucken wir mal, was ich hier für ein Ach, hier ist der Müll Ach du Jemine Hab ich ja richtig zusammengebastelt Ich bin hier Ach, hier ist der Müll Wie geht es, wir gehen So, jetzt können wir auch hier Und jetzt Ach, hier ist der Müll Die ist so weit Das war's. Wir basteln noch mal was anderes zusammen. Okay, die 113 ist durch. Hier ist, äh, Dingson. Okay, dann können wir die 2,99 easy machen. So, das heißt, wir können aber die 113 löschen. So, das ist ja auch mal wieder weg. So, es ist jetzt 274. 274. 274. Das ist, glaube ich, zu viel. Wobei, nee, 274. 284. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir basteln uns jetzt auch zusammen. 13 Wir brauchen noch eine 1. 1 Einfach zusammengebastelt. Das geht auf jeden Fall eleganter. Egal wie wir kopieren das jetzt einfach mal. Weil es klappt ja. Warum ändern, wenn es klappt? Das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Das ist so unnötig. Egal. Das passt. Das ist so unnötig. 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 Das muss doch auf jeden Fall andere effiziente Sachen bauen. Was können wir denn hier schönes zaubern? Was ist denn 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8? Schön! Hmmmm, eine 64. 50 bräuchten wir dann könnten wir die auf jeden fall sehr viel effizienter bauen 54 56 56 wir brauchen 54 Wir könnten 10 mal 5 plus 4 ٹ 2 4 5 6 7 7 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zack auf die mit drauf Passt, oder? Geht Jetzt haben wir die auf jeden Fall auch ein bisschen effizienter Theoretisch könnten wir auch einfach warten, bis hier alle durch sind Oder mehr bauen Immer mehr Aber gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge Ihr habt es mal gesehen, ich weiß noch nicht, vielleicht kommen noch ein paar Folgen, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause Das sollte ja eh kein langes Projekt werden Sondern nur mal so ein kleines reinschauen Vielleicht kommt noch mal was Vielleicht auch nicht, ich wollte es schon mal sagen Also bis dann Ciao Ooooooo Ooooo Ooooo